Einen wunderschönen guten Morgen. Ich versuche diese Videos hier ganz praxisnah zu halten, so ohne großes Drumherumgelabere. Das Homeoffice-Thema aber, das verleitet so ein bisschen zur Schwafelei. Und das ist in keinster Weise abwertend gemeint. Ich glaube aber, dass die gängigen Ratschläge und Tipps für die Arbeit von zu Hause inzwischen ausreichend oft wiederholt wurden. Deshalb versuche ich es in dieser Woche mal mit so ein paar sehr konkreten Ups und Arbeitsabläufen, die für mich ganz persönlich funktionieren. Für mich, der seit gefühlt schon immer von zu Hause aus arbeitet bzw. alleine arbeitet. Trotz cooler, mobiler Geräte lautet die Regel Nummer 1, trennt euren Heimarbeitsplatz vom Wohnzimmer und vom Küchentisch. Für so ein paar Stunden Homeoffice in der Woche, da geht das. Eine Dauerlösung ist das aber nicht. Eure Work-Life-Balance, die wird es euch danken. Für mich hat sich das Standing Desk von Ikea bewährt. Mit Kurbel gibt es das für rund 200 Euro, elektrisch leider viel teurer. Und trotzdem lohnt es sich. Es wird wirklich unterschätzt, wie lange man am Stück sitzt, wenn nicht ständig Leute an einem vorbeilaufen und man angequatscht wird. Deshalb setzt Timer, beispielsweise über Just Timers. Die UpFocus folgt der Pomodore-Technik und die zerstückelt eure Arbeitszeiten. Das ist ein verdammt guter Einstieg. Für kleines Geld, da bekommt ihr Monitorhalterungen. Die müssen aber keine Bildschirme erhalten, sondern die können auch eine Webcam, ein Mikrofon, ein Licht oder für einen Lautsprecher, ein Plätzchen bieten. Einmal aufgebaut, nerven plötzlich Videokonferenzen weitaus weniger. Mit einer iPhone-Klemme, einem Schwanenhals oder einer Halterung auf einem Stativ. Da kann auch ein iPhone oder ein iPad, die Sessions in Zoom, Skype oder FaceTime übernehmen. AirPods, die taugen als Mikrofon und als Kopfhörer. Und wer die doppelte Batterielaufzeit braucht, der nutzt einfach nur einen Ohrstöpsel und wechselt dann. Diese Video-Chat-Ups, die kann man übrigens bequem per HDMI auf so einen großen Fernseher spiegeln. Schiebt also eure iPhone-Kamera einfach vor den großen Bildschirm. Und wenn diese Konferenzen dann doch mal länger dauern sollten, dann muss man über einen passenden Adapter oder einen Hub zusätzlich Strom ans Gerät anstecken. Apropos Bildschirm, mit Lunar Display, mit Duett oder Apple Sidecar, da erweitert ihr euren MacBook Desktop. Tatsächlich unterschätzt ist der Arbeitsweg. Weil so der Arbeitstag beginnt und auch explizit endet. Zumindest im Kopf. Deshalb würde ich auf jeden Fall mit einer Zeiterfassung beginnen. Egal, ob es der Chef verlangt oder auch nicht. Es hilft letztendlich euch. Timery für Toggle ist beispielsweise ein super Einstieg. Und wenn euch Timetracking ganz generell zusagt, dann bietet diese App und dieser Webdienst ausreichend viel Potenzial, das auch fortlaufend zu benutzen. Bei To-Do-Ups, da sehe ich das allerdings anders. Startet mit irgendwas. Egal wie simpel. Minimalist ist beispielsweise ein hübscher Ansatz. Und wenn ihr daran gefallen findet, dann könnt ihr später immer noch auf Things, auf Basecamp, auf To-Doist wechseln. Aber erstmal braucht man irgendeine App, die euch zeigt, was ihr am Tag so geschafft habt. Um Arbeitsleistungen zu dokumentieren, da legen sich manche Leute einen eigenen, einen komplett privaten Slack an. Dort lassen sich dann Dinge reinpushen. Von Tweets bis Kalendereinträge und To-Dos. Es ist damit nicht nur eine zentrale Anlaufstelle, sondern man kann allen anderen Apps ihre Push-Nachrichten abdrehen und wird obendrein dann nicht in diese Apps individuell reingezogen. Wahrscheinlich braucht es keine separate Erwähnung, aber eure Nicht-Stören-Einstellungen. Die muss man im Griff haben. Mein iPhone, das steht immer auf lautlos und ich drehe es auf seine Bildschirmseite, um beim Schreiben nicht abgelenkt zu werden. Außer meinen VIPs dürfen mir E-Mails, natürlich niemals Push-Nachrichten schicken. Alle unbekannten Nummern, die dürfen nicht klingeln. Und nur meine Favoriten, die dürfen mich im Nicht-Stören-Mode noch anrufen. Diese Do-Not-Disturb-Einstellungen, die muss man wirklich erlernen. Und sie lassen sich leider immer noch nicht ausreichend gut automatisieren. Apropos Anrufe mit Satellite, da kann man sich eine separate Telefonnummer klicken. Was ihr dann damit macht und wie ihr diese Nummer nutzt, das überlasse ich eurer Fantasie. Meine Nummer, die haben nur so eine Handvoll Leute und das begrenzt sehr schön, wer mich auf diesem Weg erreichen kann. In diesem Kontext, da sei auch die App Stonewall erwähnt. Das ist ein Rufnummern-Blocker. Und überhaupt, checkt mal, ob euer Mobilfunkanbieter WiFi-Calling anbietet. Was ungemein bei der Sprachqualität hilft. Um sich terminlich mit Kollegen abzustimmen, da gibt's Fantastical. Das kostenlose Doodle oder das etwas professionellere WhenWorks. Eine Apple Keynote Präsentation, die kann man bis zu 100 Online-Zuschauern zeigen. Oder 35 Leuten im lokalen Netzwerk. Ich vergesse das immer mal wieder. Und Slidebean ist eine Alternative, eine Alternative, die ausschließlich im Web stattfindet. Um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, da bleiben die gewohnten Kandidaten. Von Google Docs bis Dropbox Paper bis zu Quip. Ich würde im Kontext von einer Firma aber auch noch auf WordPress P2 hinweisen wollen. Vielleicht nicht so hip wie Slack oder Microsoft Teams, aber vielleicht bietet das Theme für so einen WordPress-Block einen fokussierteren Austausch über den Status von euren Projekten. Dieses Tracking, dieses Nachverfolgen von Aktivitäten, das braucht es aber nicht nur beruflich. Mit Streaks, da formt ihr neue Gewohnheiten in einer neuen Umgebung. Recav oder Waterminder, die lassen euch wissen, wenn ihr zu wenig Wasser oder zu viel Kaffee trinkt. Das kann unter so neuen Arbeitsbedingungen durchaus mal passieren. Andererseits kann man im Homeoffice natürlich auch mal Aktivitäten ausprobieren, die im Büro einfach nicht gehen. Veganische Rezepte aus Plantry oder Green Kitchen beispielsweise. Sich mehr Zeit für den besagten Kaffee nehmen mit Feel True. Fasten mit Zero, weil man nicht mehr mit den Kollegen zum Mittagstisch geht. Oder er legt so eine Meditationssession mit Calm oder mit Oak ein. Homerun bringt HomeKit so richtig benutzbar auf eure Apple Watch. Vielleicht wollt ihr die Lampen im Flur auf rot schalten, um wirklich nicht von den Mitbewohnern gestört zu werden. Oder ihr wollt eure Schreibtischlampe flackern lassen, wenn der nächste Google-Kalender-Termin ansteht. Pushover, If This Then That und Zapier. Das sind eure Freunde dafür. Und bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Licht. Licht ist nämlich ein unterschätztes Gut. Und selbst wenn das Elgato Keylight eher so für Streamer vermarktet wird, ich habe das jetzt schon eine ganze Weile bei mir am Schreibtisch und es hat sich durch seine unterschiedlichen Farbtemperaturen und die Steuerung über die App als erstaunlich vielfältig erwiesen. Einige Leute, die bevorzugen es, mit Musik zu arbeiten. Ich gehöre definitiv nicht dazu und trotzdem kann ich mich für Dienste wie Brain.fm oder Angelsound erwärmen. So Ambient Music, wenn es einem zu still in den eigenen vier Wänden wird. Ich habe jetzt einige Dinge genannt, die man sich für sein Homeoffice shoppen machen kann. Natürlich braucht es das alles nicht. Ich möchte das gerne unterstrichen wissen. Und trotzdem, trotzdem finde ich sehr wichtig zu erwähnen, sich seinen Arbeitsplatz zu Hause so praktisch, so angenehm und so gemütlich wie nur möglich zu machen. Es ist einer der tatsächlichen Vorteile, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Arbeiten muss. In diesem Sinne. Bleibt gesund, bleibt munter. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen und bis zur nächsten Woche.